Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Wir haben W1 wieder. Wir fighten noch ganz gut, aber sieht gut aus. Komm zu W1 zurück, scheißhaft. Bin dabei! Einfach auf den Punkt, auf den Punkt, da brauchen wir Hilfe. Oder ja, von hinten, genau. Irgendwie sowas. Da finde ich dich nicht. Alle kommen gleich. Ja, da sind welche, okay. Duck dich hin, duck dich hin, sonst schießt sich der Sniper weg. Da ist einer gelandet, da ist einer gelandet. Auf meiner Leiche. Der lebt immer noch. Weiß. MK3 Roche, das ist der mit 280 Meter, Alter. Hey, no bullet run. Ich habe die ganze Runde. Hm, die sind getrückt, die sind echt gut. Die versuchen jetzt irgendwo reinzukommen, schaffen es aber nicht. Und der Heinz, wenn wir dem Heinz schaffen, einfach seine Kills zu nehmen, weil wir uns nicht zeigen, vielleicht steigen die Leute aus und dann sitzt er gleich alleine da ran. Dann kann der uns auch mal... Hm. Das ist schon ein Lappen. Ich höre, zwei Sniper haben wir hin eigentlich. Einfach reinhalten. Torfis sind da. Oh Mann, super. Oh Mann, super. Okay. Der Vormarsch war... Head Glitcher. Willst du mich jetzt verräuschen, Alter? Da ist noch einer auf der Treppe, der liegt da. Er kickt, der kickt. Ja, ohne Ende, Leute. Ja, das muss gehen. Ja, das hat sie nicht gejuckt. Er hat mich trotzdem mit der Rocket abgeballert. Dafür finde ich ihn jetzt. Das war ein Dixer. Moment. Ganz oben ist eine, die von Ebene zu Ebene geradeaus führt und da springen die runter. Aber es ist okay. Das war wohl eine Truppe, schienen sie sich abgesprochen zu haben. Wir haben alle das gleiche gemacht. Komm ich schon auf? Gar nicht. Lass sie einfach. Ach, die lange? Ja, ist aber scheißegal. Lass sie einfach. Nur drauf achten. Mal nach oben gucken. Die kommen mit dem Fallschirm runter. Aber jetzt ist gerade Ruhe. Gott, wo ist der? Ich bin wieder hier oben. Was? Haben sie einen Irish oben? Äh. Wir haben einen Irish. Okay. Was ist das für eine Ansicht? Ach so. Weggestochen, Junge. Sei wirklich so. Mach so viel Pizza. Einfach abgestochen. Junge, noch einen abgestochen. Jawoll. Ich habe auch noch einen abgestochen. Godkiller, hier. Wie heißt das? Ja, toll. Ich bin wieder ohne. Alter, dieser Respawn Timer. Roder. Ja. Wie was? Er hat mich gerade One Shot weggeholt. Mit seinem Film. One Shot. Ich hab gerade der, der andere Super Bulleter. Hä? Ich habe zuerst ... Zum Fick. Was ist was? Ja, ich will die so Wichser wechseln, die ... Wo hast du dich hochgeglitcht? Die da oben drauf sind. Nein, aber mit McKay kann man da hoch Mit McKay kommst du ja locker hoch LOL, okay, also es ist einfach normal begehbar, legit, oder? Jaja, klar Es gibt drei Stimmen, vorne, links und rechts gibt es eins, oder? Ja, und die sind halt auf einen von dem Dingern Und deswegen wollte ich die eigentlich da wegholen Ja, scheiße Wer will mich hier verarschen, ist dieser Max? Junge, ist das geil, ja, bringen sie alle um, Alter Man kann sogar Sachen hier platzieren Ja, du mich so blüht gesteht, Baby Oh mein Gott, Alter Ich hab fucking Wolflet ausgerüstet, Ups LOL, ja, jetzt hab ich zwei Rache-Kills und dann einen Wixer Uncanned, Haka, ja, aber das ist okay Oh, jetzt wurde ich gespawn... äh, ne... Wir haben ein normales Auto bei dir, oder? Ganz normales Model, oder? Ja Ja Okay, ja, aber bei mir, äh, sitzen wir in der Luft und fahren rum, ja Hehehehe Hehehehe Leute sind wir zu... Die Leute, echt gut geworden, äh, Leute aus dem ATV Recon rauszusnipen LOL Okay, das muss ich... Junge, was ist das denn? Also bei mir sieht das Model auch ganz normal aus Ja, bei mir fahr ich einfach... Oh, Alter, ist das so ein dummes... Dreckst hier, Alter Da will man den taktischen machen, smoken und vorpushen Ne, die laufen einfach alle schon aus der Deckung und ziehen den Panzer auf sich Ihr habt's ja wirklich super gemacht Runter, yalla, runter da Da sind zwei Tracks rum Hä? Wie hat der mich gekillt? Okay, ich bin von der Bohrplattform runtergesprungen, war 10 Meter unten, war in der Luft und der Panzer killt mich einfach Obwohl er nicht um drei Ecken ballern kann Ruck stehen und den Heliken Ja, die gibt mir durch den Smoke Durch den Smoke Durch den Smoke Junge Das ist so'n Drecks Ja Aber wie viele, Alter Vor uns Hinter uns immer noch Jetzt nicht mehr Hände auf Hände auf Oh, Alter Aber nach, nach, ne den Prügel Alter Snifer, eifer Keine, unglaublich Es ist unglaublich Wie viel Schaden ich auf Distanz mach Das ist... Ne Einfach Jetzt steigt hier wieder irgendein random ein Und fährt mit diesen Dingen rum Waren meine Wo ist der letzte? Aber irgendwann mal im grünen Haus Bei den zwei hier Im Unschuppen-Pierer-Haus Was noch mal da drin Meinst du den? Ja Okay, das war auf dem Wildcat Da kommt ein Brawler Komm, fahr bitte durch die Mine Ja, kommen Rinder Und BAM Irgendwas zu meiner Ja, ja Rutsis Okay Die, äh Hä? Stirb! Die laufen grad alle in das andere Haus In das einzigste Haus Sorry Ich hab grad bestimmt 20 Mates auf dem Spot hier gesetzt Aber die kommen hier, die kommen hier, die kommen hier, die kommen hier massiv, ey, ich muss ja reparieren Hinter uns ist ein McKay in der weißen Kuppel Alter Ich hab die von hinten genommen Naja Sunde Wenn man halt ne Smoke pfift und Glück hat, dann sieht dich halt keinen Schwanz Was? Und wir quen die Wir mitteln Was ist denn? Kannst du pushen und du kannst damit echt gut freiräumen? Nein Ausgesetzt du mir jetzt pushen die sind hinter uns die haben unsere linien gespalten ich hab keinen bock die runde die fraktanzu hat die sniper da hinten du kommst nicht durch die mates haben keinen bock ist echt nervig die runde gerade jungs ich bin hinter den gegnern sparen wir sind noch nicht am leben ich dachte hier wird auf wie viele sprengen ja wenn das wenn uns er jetzt genau okay da muss ich noch mal mit sein da rein das geht so nicht jetzt gehe ich wieder auf meinen den containers ganz recht jetzt mache ich hier die ganzen kills die sind so unverschämt die die mit alle die das neue assault rifle spielen die stellen sich einfach bei dir in den feuerstrahl rein weil sie genau wissen sie gewinnen sowieso das ist echt richtig unverschämt spielen die haben vierfach die 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 Jetzt müssen wir es dann nur irgendwie rumschaffen. Nein. Level 6. Oh jetzt bin ich auch gekommen. Aber sie bemerkt mich trotzdem irgendwie nicht. Sie bemerkt mich aber nicht. Ich hab in Trophäe stehen, alles. Dieser verfickte Huren-Brawler, der hat mir jetzt schon 2 Kills vermisst. Ich lasse ja den Rollstuhl. Der M68. Er hat die Waffe nach mir geworfen. Und ich bin dran gestorben. Loll, was ist das für eine Position? Loll, was ist das für eine Position? Ich bin dran gestorben, Alter. Moin Leute. Hitboxen sind sowieso bodenlos. Junge, ich nehme den ganzen Punkt auseinander. Jetzt können wir die aber spawnrapen. Ja, dachte ich mir gerade auch. ada. Holy, halt da rein, halt da rein, halt da rein, halt da rein. Powercraft. irgendwas angefahren jetzt ist so ja ich bin das sind zweimal ist noch eine fahrzeugfahrzeug noch eine ich habe ich hatte drauf gekommen kann ich auch noch mal nerven die laufen alle dieses eine haus war dass dieses haus ist und das ist ein rake am panzer ist sie gar nichts einer ist auf meiner leiche genau genau auf meiner leiche lol was ist das hier kommt noch einer noch einer kommt zu dir ich sehe deine marka perfekt ehrlich einer rechts oben auf dem berg einer rechts oben auf dem berg hat mich instant tot wo du gecalled hast hat er geschossen super hines is down nice das brauchen wir mal beim da ist noch einer ich kriege den nicht mehr den auf dem berg fliege ich nicht ich gehe rein hier muss erstmal AP rein alle rein ich habe wieder aktiv Panzer von uns der braucht nur einen hit ist kaputt über uns ja vom wolkenkratzer APG und snipen runter wuss wuss jungen jetzt zeit mischt wir gehen im first person oh da kommt ein apache große apache ja er macht was was hat er da gemacht also ich war nicht gemutet mein alles war auf aber irgendwie hat das system irgendwie falsch kommuniziert mit dich Gott Hä? Das war jetzt ein bisschen random. Was geht hier? Die kommen hochgesippt. Heilige Scheiße, was zum Fick. Der wusste genau und hat alles. LOL! Ich habe random in den Heli gefeuert. Jetzt fangen wir wieder ein. Nein! Direkt neben dir. Und vor dir. Steht einer direkt vor dir, Pink. Kommt jetzt zu dir. Merkt gar nichts. Was ist denn da so? Hast du den gesehen, Alter, war das ein Spiel oder ein Brot? Was? Alter, nee, ey. Nein. Sorry, ich habe in eine andere Richtung geguckt. Ich glaube, ich muss da jetzt wirklich nichts auskissen. Das kannst du wirklich nicht was denken. Was ist denn da los? Der Shotgun. Nein, das ist Shotgun. Man braucht nur ein Headshot treffen und der Gegner ist Half-Life, Alter. Das ist einfach so. Alter, was war das? Insight-Kessel. One-Thunt. Ich habe 1 HP. Der Panzer von 300. Nein, Jump bitte. Einmal game ich. Da drinnen, da drinnen, da drinnen, da drinnen, da drinnen, da drinnen. Hier auf meiner Leiche. Einer geht Treppe hoch, einer auf meiner Leiche. Hier ist ein bisschen Sponnik. Nein, on me. Zwei Leute. Ja, ich war komplett full. Weil die kommen über die Zipline, on mass. Vor der oder der hintere? Die versuchen alle aufs Dach bei euch drauf zu gehen. Ja, die Lists sag ich schon. Die nehmen die Zipline und springen alle ab, um aufs Dach zu kommen. Nice. Tschüss. Ich kann sie von draußen. Äh, die oben, die von, die ganz nach, die von oben, also auf die Plattform führt. Und springen dann Feuer ab. What the fuck. Ja, das hast du so gedacht. Halt, 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 Halt! Halt!